Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir wieder mal ein Player Review am Start. Wir schauen uns heute D-Pay Team of the Season an. Er hat nämlich übergeniale Werte und deswegen werde ich ihn auch beim FIFA Active Cup verwenden. Ja Freunde, wir sind nämlich im Halbfinale angelangt beim FIFA Active Cup. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice und da werde ich ihn auf jeden Fall verwenden. Er hat 98 Tempo, 88 Shooting, 84 Passing, 92 Dribbling und 84 Physis. 5 Sterne Skills natürlich auch am Start. Kostet über 700.000 Münzen, aber der ist seine Coins auf jeden Fall richtig, richtig wert. Und falls ihr auch noch Coins braucht, schaut gerne bei meinem Sponsor MMOGA in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind die Coins jetzt auch richtig, richtig günstig geworden. Also früher waren die richtig teuer, aber jetzt geht's eigentlich. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch ins Gameplay. So, die erste Situation mit Memphis ist dann gleich mal ein Freistoß und den dritten Wickel nicht schlecht, aber der Keeper ist zur Stelle. Und ich würde sagen, ich zähle euch jetzt die Vor- und die Nachteile auf. Nachteile gab es eigentlich nicht allzu viele, außer vielleicht seine 2 Sterne Weakwood. Aber ganz ehrlich, das ist mir nicht so richtig aufgefallen, denn sein Schuss ist einfach nur genial. Und deswegen ist das auch schon der erste Pluspunkt, sein Schuss. Der hat glaube ich 99 Schussstärke oder so. Ich habe seinen Ingame-Set jetzt nicht parat, aber es fühlt sich auf jeden Fall locker so an. Und dann, sein zweiter Pluspunkt ist natürlich die Stärke. Das konntet ihr hier jetzt sehen. Er hat sich richtig gut durchgetankt und er kann das wirklich, wirklich gut, dass er den Ball nicht verliert. Er bleibt am Ball, obwohl die Gegenspieler ihn richtig, richtig abdrängen. Also da kann schon mal ein Boatengen, Sergio Ramos, ein Thiago Silva daherkommen. Der hält da wirklich stand, obwohl er sauklein ist und eigentlich sehr, sehr wendig. Also er ist kein Brocken, aber er hat einfach eine gute Stärke und einfach ein gutes Physical-Spiel. Und deswegen würde ich sagen, ist das auch ein richtiger Pluspunkt. Und der nächste Pluspunkt ist eben seine Ballkontrolle. Das kann man hier auch so verbinden, denn wenn er schwer vom Ball zu trennen ist, kann er natürlich den Ball auch besser kontrollieren. Und das sieht man eben in vielen Situationen. Man denkt, der Ball ist jetzt verloren, aber er bleibt einfach am Ball und kann ihn super sichern. Und dann haben wir noch einen weiteren Pluspunkt und das ist sein Freistoß. Hier könnt ihr es sehen. 99, 93, 91 und 84. Was sind das für kranke Werte? Der Freistoß, den ich jetzt trittet. Der war nicht so gut, aber er kann einfach richtig gute Freistoßes schießen. Fast alles über 90 bei Freistoß und das ist eben übergenial. Und dann natürlich auch noch sein Tempo. Er hat 98 Tempo auf seiner Karte. Das ist natürlich auch ein riesen Pluspunkt. Und da würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem kleinen Player-Review. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne jetzt schon einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir noch die letzte Situation. Und das ist ein Elfmeter von Deepay und ich verabschiede mich schon. Und sage wie immer, ciao Leute. FIFA Allstars. Bis zum nächsten Mal.